Innovation und Export sind das Blut, das in unseren Adern pulsiert. Unsere 370 weltweit tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden dazu ein starkes Fundament, das uns bereits seit mehr als 124 Jahren durch die Unternehmensgeschichte trägt. Ursprünglich in Graz 1894 gegründet, exportieren wir derzeit von der Südoststeiermark als Maschinen- und Anlagenbauer in alle fünf Kontinente. Die Exportquote beträgt seit Jahren deutlich über 90%. Alleine im Jahr 2017 wurden Lieferungen in mehr als 64 Ländern getätigt. Unsere Produkte finden nicht nur dort Anklang, wo es um effiziente und schonende Aufbereitung von Rohstoffen geht, sondern auch in der Umwelttechnik, wo wir uns einen weltweiten Namen im Recycling von Altglas, Kunststoffen und Papier gemacht haben. Dass wir sämtliche Produkte an unserem Standort fertigen, verleiht uns die Flexibilität und Qualität, die international nachgefragt wird. Unsere fünf Doct-Unternehmen, unter anderem in den USA, Kino und Italien, tragen zusammen mit mehr als 40 Vertriebspartnern zum weltweiten Erfolg unserer Produkte bei. Mein Name ist Jörg Rosecker und ich bin Vorstandsmitglied der Binnen und Co. AG.